Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digi-Adventure und der Region Skandinavien. Da komme ich nicht rein. Ne, da muss ich jetzt einmal rumgehen. Ach komm, ich gehe da rein. Was willst du denn überhaupt von mir? Hier einen Fuchs, einen Hasen und ein Plattenbruchstück. Okay. Na, dass das ziemlich weit nach oben geht, dann machen wir jetzt erstmal das hier. Ups, der geht ja ab wie ein Zäpfchen. Ja, da hinten geht's auch noch weiter. Na, Digi war das jetzt direkt wohl zu viel. So, sieht aus hier. Ähm, ja, erstmal hier gucken. Ähm, hm. Gut. So. Ähm, ja, da oben ist noch eine Höhle. Wie sieht's denn eigentlich da drüben aus? So, da geht das auch noch ziemlich hoch. Ja gut, dann machen wir jetzt erst die Höhle. Ja, komm, ich gehe erst da in die Höhle rein. Gut, die Entscheidung war richtig. Na, geht nicht. Ähm. Na, geht nicht. Da muss ich mal gerade auf Pause klicken. Ah, ich bin direkt wieder da. Moment. So, dann nochmal. Jetzt geht er. Okay, gut. So, ähm, komm ich denn hier einmal komplett durch. Ja, dann gehe ich nämlich zuerst hier unten rum. Ach, noch einen tiefer. So, da ist der Hase. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre der Hase. Oder zutiefst da runter jetzt. Jut. Wie sieht's da aus? Ähm, da komm ich auch. Gut. Halt ich nämlich nur mit. Halt. Da war noch was. Ah, hier ist der. So. then. Joach. No. Noon. �� was haben wir hier? Hux Taps 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 Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, lasst mir ein Like und ein Abo da, folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kik, bis zur nächsten Folge und tschüss sagt der Toto.